Was ist das Problem? Jeder von euch kennt das Problem. Irgendwas klappert, scheut oder reibt im Motorraum. Mit unserem Sortiment seid ihr gerüstet. Da könnt ihr eurem Fahrzeug erste Hilfe leisten. Mit dem Poppe-Klipzangenring könnt ihr nicht nur Leitung klebstofffrei verbinden, sondern habt auch einen Dämpfer, einen Klapperschutz und einen Abstandshalter in einem. Außerdem sind sie Witterungs- und Ozonbeständig und biegen mit ihren Zacken einen optimalen Toleranzausgleich. Sie eignen sich für Kunststoffleitungen oder Schläuche, für Stahlflex, Metall und auch für Gummischläuche. Der klassische Zackenring wird bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in der Automobilwelt eingesetzt. Unsere Klippzangenringe sind ideal für die Montage an schwer zugänglichen Stellen und auch wieder verschließbar. Unsere Doppel-Klippzangenringe dienen dazu, mehrere Leitungen und Schläuche zu verbinden. Sie können aber auch Distanzausgleich oder Leitungshalter sein.